Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Free Truth Media. Es ist Mittwoch, der 7. Dezember. Das sind die heutigen Themen. Großrazzia in Deutschland. Demokratie ist Wehrhaftzeit. Heute Morgen findet ein großer Antiterroreinsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk aus dem Reichsbürgermilieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. So der Herr Marco Buschmann heute auf Twitter um 7.47 Uhr hat er schon gleich losgelegt. Auch der Herr Lauterbach hat es sich heute nicht nehmen lassen, genau auf dieses Thema aufzuspringen. Mit Reichsbürgern hatte ich in den letzten Monaten genug Probleme. Die Gefahr, die von ihnen ausgeht, darf niemand unterschätzen. Mein Dank gebührt insbesondere den BKA-Beamten, die uns schützen und dabei ihr eigenes Leben riskieren. Dieser Terror muss enden, bevor er größer wird. Ja, es war heute das Thema auf allen Kanälen, in allen Medien, in allen Mainstream-Medien. Und heute haben sich die Journalisten versucht, gegenseitig zu überbieten mit den Headlines, mit den Berichterstattungen, mit den Live-Berichterstattungen. Und dabei geht es oder darum geht es genau heute hier bei uns bei Free Truth Media. Es ist ein Tag, an dem man einfach mal wieder genauer hinschauen sollte, bevor man auf irgendeinen Zug aufspringt. Und alle, die Free Truth Media schon länger verfolgen, wissen, wir stehen in der Mitte. Wir schauen uns immer alles genauer an. Und ja, heute Morgen war das natürlich schon sehr früh Thema. Die Tickermeldungen haben sich überschlagen. Und bereits bei den ersten Meldungen war mir als Journalist klar, stopp mal. Hier kann irgendwas aber nicht so sein, wie man es wieder versucht darzustellen. Und genau darum geht es heute. Aber wir fangen mal am Anfang des heutigen Tages bei der Berichterstattung an. Und wir nehmen uns heute mal einen Bericht der Mainstream-Medien heraus. Und zwar bei BR24. Denn die haben heute ja sofort natürlich auch dieses Thema mit aufgegriffen. Denn auch in Bayern gab es Hausdurchsuchungen und Festnahmen. Und meine Überschrift zu diesem Artikel, was heute hier alles passiert ist, heißt der Topf, in den alles geworfen wird. Reichsbürgerrazzia, sechs Bayern festgenommen. Bei einer bundesweiten Großrazzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene wurden sechs Bayern festgenommen. Vier davon in Franken. Einer dieser Männer gehört nach BR-Recherchen. Offenbar zur Führungsriege der rechtsextremen Terrorgruppe. BR-Recherche. Wir gucken uns den Bericht an. In Ansbach festgenommener gehört offenbar zur Führungsriege. Ein Mann, der am Mittwochmorgen im Landkreis Ansbach festgenommen wurde, ist, festgenommen wurde, festgenommen wurde, ist. Haha, BR. Gehört nach BR-Recherchen offenbar zur Führungsriege der rechtsextremen Terrorgruppe. Den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zufolge war Thomas T. die rechte Hand des mutmaßlichen Anführers. Nach dem geplanten gewaltsamen Umsturz sollte er demnach die Rolle des persönlichen Referenten übernehmen. Und die Ermittler gehen davon aus, dass T. maßgeblich damit beschäftigt war, verwaltungsähnliche Strukturen aufzubauen, Schießtrainings zu organisieren und neue Mitglieder zu rekrutieren. Nach BR-Informationen sind in Franken insgesamt vier Beschuldigte festgenommen worden. Mundmaßliches Mitglied des militärischen Arms bei Schweinfurt festgenommen. Ein Mann aus dem Landkreis Schweinfurt wurde festgenommen, der nach BR-Informationen ein Mitglied des militärischen Arms der Vereinigung gewesen sein soll. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, unter anderem für die Bewaffnung der Gruppe zuständig gewesen zu sein. Außerdem soll er mitgeholfen haben, Schießübungen abzuhalten und eine abhörsichere Kommunikationsstruktur aufzubauen. Und mit den Berichten zufolge handelt es sich um einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten. Die Gruppe plante den Ermittlungen zufolge sogenannte Heimatschutzkompanien. An diese Vorbereitung soll der Mann aus Unterfranken involviert gewesen sein. Der militärische Arm der Gruppe sollen mehrere Kasernen in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg ausgekundschaftet haben. Dort sollten wohl die eigenen Truppen nach dem Putsch der Bundesregierung untergebracht werden. Weiter geht es in diesem Artikel, denn jetzt wird es richtig strange. Anwesen im Landkreis Freyung-Grafenau durchsucht. Einen größeren Polizeieinsatz gab es auch in Eppenschlag im Landkreis Freyung-Grafenau. Dort wurde am Morgen ein Anwesen durchsucht. Im Zentrum der Ermittler stand ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der in der Reichsbürgerszene bekannt ist. Festgenommen wurde Maximilian E. allerdings nicht in seinem Haus, sondern nach BR-Informationen im Ausland. Bürgermeister Peter Schmid, CSU, sprach von einem riesigen Polizeiaufgebot. Für den 1.001-Monatort ist das natürlich ein riesiger Aufruhr, wenn da 20 Polizeieinsatzwagen kommen und das Haus mit Einsatzkräften umstellt wird. Das Gebäude sei dann gestürmt und von oben bis unten durchsucht worden. Achtung! Dass die Zielperson nicht zu Hause gewesen sei, sei vorher klar gewesen. Hä? Moment mal. Bürgermeister Peter Schmid sprach von einem riesigen Polizeiaufgebot. Für den 1.000-Monatort ist das natürlich ein riesiger Aufruhr, wenn da 20 Polizeieinsatzwagen kommen und das Haus mit Einsatzkräften umstellt wird. Das Gebäude sei dann gestürmt und von oben bis unten durchsucht worden. Dass die Zielperson nicht zu Hause gewesen sei, sei vorher klar gewesen. Der Gemeindechef beschreibt Maximilian E. als hochintelligenten Mann, der seine Intelligenz allerdings gegen den Rechtsstaat einsetze. Im Ort sei der Mann als eher zurückhaltend bekannt. Es habe schon Vorfälle mit Waffen gegeben, so Schmid. Mit der Bevölkerung im Ort habe es aber keine Probleme gegeben. Ähnliches schilder Nachbarn des Festgenommenen. Sie berichten auch davon, dass immer wieder mal Autos, Achtung, mit verschiedensten Kennzeichen vor dem Haus standen. Zu Hause sei Maximilian E. schon länger nicht mehr angetroffen worden. Muss man sich nur mal so auf der Zunge zergehen lassen. Generalbundesanwalt Festgenommene wollten neue deutsche Armee aufbauen. Unter den bundesweit 25 Festgenommenen sind die bis dahin als Richterin tätige und führere AfD Bundestagsabgeordnete Birgit Malzsack-Winkemann sowie ein Soldat des Kommandos Spezialkräfte KSK der Bundeswehr. Als einer der Redelsführer gilt der Unternehmer Heinrich XIII. Prinz Reus aus Hessen. Die Bundesanwaltschaft wirft den beschuldigten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder deren Unterstützung vor und sie hingen Verschwörungsmythen an, erklärte Generalbundesanwalt der Peter Frank. Das Netzwerk sei wie ein Rat ähnlich dem Kabinett eines Staates aufgebaut gewesen. Auch einen militärischen Arm habe es gegeben. Für den Umsturz seien gezielt Soldaten und Polizisten angesprochen worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Ein weiterer Plan sei den Ermittlern zufolge gewesen, mit einer kleinen, bewaffneten Gruppe gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen. Das war nur eine Berichterstattung heute. Ich könnte euch noch 100 hier mit reinpacken. Welt, Phoenix, NTV, Stuttgarter Nachrichten, RBB, DW, Norddeutscher Rundfunk, WDR, egal wo. Es war dieses Thema. Es war auch dieses Thema in allen Tickermeldungen. Und als ich mir das dann heute Morgen schon gleich kurz nach sieben angeguckt habe, dachte ich mir, stopp mal, ich bin auf, also ich bin jetzt wirklich, ich glaube mal, so ziemlich bei allen Ministerien, bei Verwaltungs-, Verfassungs-, Bundesgerichtshöfen, wie auch man das nennen will, angemeldet als Presse. Hab die Pressemitteilungen abonniert und bin auch in Bayern ziemlich gut bei den Behörden angemeldet, was dann Informationen betrifft. Ich hatte keine Information heute von diesem, von dieser Großrazzia. Und es war ja eigentlich auch klar, dass ich keine Information habe, weil es war ja eine geheime Razzia. Die geheime Razzia, die ja heute dann quasi aus dem Nichts stattfindet und die Menschen völlig überrascht, die dort festgenommen wurden und dadurch natürlich auch den Überraschungsmoment nutzt, um eben hier diese Menschen in Gewahrsam zu nehmen und diese terroristische Vereinigung, diese eventuell vermeintlich terroristische Vereinigung zu zerschlagen, Ding festzumachen und einfach hier diese Gefahr von Deutschland abzuwenden. So stellen wir das jetzt mal dar. Und bevor wir jetzt gleich in den nächsten Artikel reingehen, der einfach nur das Ganze heute in ein ganz anderes Licht stellt, möchte ich vorab noch was sagen als Journalist. Ich werte heute nicht die Reichsbürger, ich werte nicht die Pläne, die die eventuell hatten, denn wer unseren Kanal verfolgt, weiß, wir sind absolut gegen Gewalt. Wir sind in der Mitte, wir sind für Recht und Ordnung, für das Grundgesetz, für Demokratie, aber keine Waffengewalt, keine Erstürmungen von irgendwas. Also das braucht mir auch gar keiner unterstellen und hier irgendwelchen Shitstormen lostreten. Mir geht es heute in diesem Film um die Berichterstattung über dieses Thema und über diese komplette PR-Aktion, die hier heute aufgefahren wurde, denn ich muss, wir überspringen den PR-Tikel, denn die Razzia wirkt wie eine PR-Aktion. Renner im Interview. Ja, die Lügen haben kurze Beine. Ich habe mir heute früh schon echt gedacht, ey stopp mal, wie können denn bei so einem Überraschungsmoment, bei so einer Überraschungsrazzia in so vielen Bundesländern die Reporter schon da sein? Und dann kommt ein Artikel heute bei NTV um 16.25 Uhr, die Razzia wirkt wie eine PR-Aktion. Und noch vorneweg, ich habe natürlich auch sofort die Behörde in Karlsruhe angeschrieben, gleich heute Morgen und habe gefragt, hey, wieso können denn da Journalisten schon vor Ort sein? Ich weiß noch gar nicht oder ich wusste gar nicht, dass ich da vor Ort sein könnte. Ich hatte gar keine Informationen, natürlich bis heute Abend noch keine Antwort, aber wir schauen mal in den Bericht hinein. Als Sondereinsatzkommandos am Mittwochmorgen in der Dunkelheit bei den rechten Terrorverdächtigen anrücken sind zum Teil TV-Kameras da, um den Einsatz zu filmen. Manche Pressevertreter wussten schon seit zwei Wochen von der Razzia, sagt die linken Abgeordnete die Martina Renner. Dass die Infos im Vorfeld so breit gestreut wurden, hält die Extremismus-Expertin für unverantwortlich. Ja, da schau her. Die wurden gestreut. Die Kolleginnen und Kollegen wussten Bescheid, aber eben nur die, die Bescheid wissen sollten. NTV fragt, der Einsatz gegen die mutmaßliche Terrorgruppe um den Prinzen und die AfD-Frau war sehr bildstark. Kolleginnen und Kollegen konnten sich schon vorher in Position bringen. Martina Renner, ich selbst wusste seit Mitte letzter Woche bereits davon und weiß außerdem von mehreren Medien, dass sie schon seit zwei Wochen Kenntnis hatten. Es waren die Namen der Beschuldigten bekannt, ihre Adresse und der geplante Zeitpunkt des Zugriffs. Sogar die Namen waren bekannt, fragt NTV. Ja, dabei waren die Pläne für die Razzia vom Generalbundesanwalt als geheim eingestuft worden. Es sollten also keine unbefugten Dritten davon erfahren, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Geheimhaltung ist aber schwierig, wenn man vorher Zielpersonen und Uhrzeiten genau durchgibt. Hier wurde riskiert, dass eine monatelang geplante Aktion am Ende schief geht. Alle Personen, die per Haftgefehl gesucht wurden, konnten offenbar festgenommen werden. Niemand war flüchtig. Dieser Erfolg spricht nach Darstellung von Innenministerin Nancy Faeser dafür, dass vorher nichts rausgedrungen ist. Stimmen Sie ihr zu, fragt NTV. Nein, das lässt sich derzeit überhaupt noch nicht beurteilen. Die Mitglieder der Gruppe halten ihr Handeln auch die geplante Gewalt für legitim. Sie fantasieren sich dazu ein Recht auf Widerstand herbei. Nein, das den Terror begründen soll. Dazu würden nicht unbedingt passen, dass man dann vor der Polizei flüchtet und untertaucht, um zu beurteilen, ob die Umstützler vorher von den Razzias wussten. Wird man erst die beschlagnahmten, wird man erst, Moment, ich muss gerade, wird man erst die beschlagnahmten Datenträger und weiteres Material auswerten müssen. Wenn dort in auffälliger Weise Material gelöscht wurde, Dinge verschwunden sind, dann würde das dafür sprechen, dass die mutmaßlichen Terroristen die Razzia erwartet haben. Welche weiteren Risiken birgt ein Zugriff, der vorher kommuniziert wird, fragt NTV. Ja, wer riskiert, dass die Daten über einen Zugriff bis zu den beschuldigten Durchsickern riskiert auch, dass der morgens vielleicht mit einer Waffe aus der Tür tritt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man bei Reichsbürgern befürchten muss, dass sie sich gegen eine Festnahme wehren, auch mit Waffen. Insgesamt waren und sind heute 3000 Beamte bei der Razzia im Einsatz. Nicht alle davon sind Spezialkräfte. Wer immer die Daten über diesen Eingriff so offen streut, der hat damit die Einsatzkräfte gefährdet. Und darum geht es eigentlich heute. Wir nochmal, wir blenden jetzt einfach mal aus, was da eventuell wirklich von dieser Gruppe geplant gewesen sein soll. Das wissen wir nicht. Aber wie diese Razzia inszeniert wurde, lässt einfach schon wieder normal denkende Menschen an der Glaubwürdigkeit dieser Aktion zweifeln, nennen wir es mal so. Denn wenn eine Razzia vorher bekannt ist, die ausgewählten Journalisten sich positionieren, um dann die besten Bilder einzufangen, dann ist es keine Razzia, sondern dann ist es eben PR, dann ist es Werbung. Und dann muss man sich fragen, was ist hier noch real, was ist fiktiv, was wird einem da vorgespielt? Auch weiter von den verschiedenen Medien und auch natürlich von den operierenden Menschen, die hinter dieser Aktion stecken. Denn wenn alles für so gefährlich gehalten wird, wie sie es getan haben und auch noch tun, dann ist sowas natürlich top secret. Man lädt keine Journalisten vorher an und sagt, hey, wir kommen dann um 6.58 Uhr mit einer Spezialeinheit, wir stürmen das Haus. Bitte seid vorher gut da, leuchtet es gut aus, dass sie auch super Bilder hat, weil das muss raus in die Welt, dass wir zeigen, was für tolle Hechte wir sind. Das ist doch Irrsinn, das ist doch nicht normal. Weiter geht es in diesem Artikel. Aus welchen Gründen sollte ein Mitglied einer beteiligten Behörde oder die Behörde selbst ein solches Risiko eingehen? Ja, die Infos waren derart breit gestreut, dass es wie eine PR-Aktion wirkt, die kann den zuständigen Behörden und Ministerien als Arbeitsnachweis dienen. Sie zeigt, dass die Politik nicht nur Aktionspläne gegen Rechts verabschiedet, sondern gegen die Terrorgefahr auch erfolgreich vorgeht. Das steht aber mit dem Risiko, dass dadurch für den Einsatz und die Einsatzkräfte entstanden ist, in absolut keinem Verhältnis. Terrorabwehr müssen staatliche Stellen mit höchster Sensibilität betreiben. Auf keinen Fall darf sie zur Show werden. Mit Martina Renner, das ist die Politikerin der Linken, sprach Frauke Niemeyer. Auch ein skurriler Name, aber das ist nur ein Insider am Rande. Tja, so war die Inszenierung heute von den Medien über diese Aktion, die bundesweite Aktion, die wirklich den ganzen Tag das Programm auf allen Kanälen dominiert hat, die Tickermeldungen dominiert hat. Und dann sitzen die Menschen, die jetzt sich natürlich diesen Mainstream anschauen, völlig entsetzt vor dem Fernsehen und denken sich, um Gottes Willen, was waren das für Menschen? Mensch, Gott sei Dank ist die Terrorgefahr abgewendet worden. Ja, vielleicht gab es eine Terrorgefahr. Wir mussten es immer mal im Raum stehen lassen. Aber wie die Bilder entstanden sind, das hat heute gar keiner hinterfragt oder nur wenige hinterfragt. Und viele Menschen da draußen fragen sich, glaube ich, gar nichts mehr. Die sagen nur, um Gottes Willen. Und wenn man sieht, dass 3000 Beamte in ganz Deutschland unterwegs waren, ein Aufwand betrieben wurde, das ist schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Und man hat heute wirklich auch keine Kiste ausgelassen, aus der nur noch irgendwas rausholt. Denn Martina Renner, eben die linken Politikerin, die gerade hier bei NTV dieses Interview gegeben hat, hat auch nochmal retweetet und zwar den Ruben Gertschikow. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ich hoffe, man spricht es richtig aus. Denn der hat heute getwittert, die Verhaftung von Michael F. ist für, Achtung, die jüdische Community beängstigend. Als Polizist war er für die Sicherheitsplanung der jüdischen Gemeinde in Niedersachsen zuständig. 2020 ging er zu Querdenken und heute wurde er wegen des Verdachts des Rechtsterrorismus verhaftet. Man hat keine Schublade heute ausgelassen. Die jüdischen Gemeinden waren bestürzt wegen der Terrorgefahr, wegen der Bewaffnung. Also es wurden heute alle Register gezogen und natürlich, weil es war auch für die Medien, die vor Ort waren, heute ein wirklich lukratives Thema. Man sieht es hier, Prinz, Richter und KSK-Soldat sollen Putsch geplant haben. Bundesweite Razzia gegen Reichsbürger Netzwerk, Bild plus natürlich. Razzia gegen mutmaßliche Verschwörer, zwei Festnahmen in Thüringen weiter gelesen kann, natürlich nur mit Geld werden. So ging das heute durch alle Medien. Also Headline Aufreißer, danach bezahlst du, damit du eben diese aktuellen Brandheißen News bekommst, die man vorher schön vorbereiten konnte, weil man wusste ja schon vor Tagen Bescheid, was da heute in Deutschland kommt. Ja, da muss sich jetzt heute mal wieder jeder selber seine Gedanken draus machen. Und ich als Journalist habe mir nur gedacht, heute Morgen, hä, so eine Medienpräsenz, wie kann das sein, wenn eine Razzia stattfindet? Ab da war für mich der Tag gelaufen. Ich habe heute, ich glaube, seit 7.20 Uhr bis heute Abend, ja, ich glaube mal, es wird 23 Uhr, mich mit diesem Thema befasst. Zwischendrin mache ich euch diesen Film, damit man auch hier mal wieder sieht, wie die Berichterstattung funktioniert. Wobei man immer noch mal am Ende sagen muss, und das möchte ich heute auch noch mal betonen, Es geht um die Berichterstattung heute hier bei FreeTooth Media. Der Inhalt, was diese Menschen eventuell wirklich geplant haben könnten, was da wirklich dann dran ist, das mag ich heute nicht bewerten, denn ich war ja nicht eingeladen zu den Razzas. Ich habe ja nicht gesehen, welche schweren Waffen da heute vielleicht aus den Häusern rausgetragen wurden. Wir werden ja da wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so involviert sein, wie natürlich die anderen Medien. Das ist sehr schade, denn auch wir hätten natürlich gerne heute aus der Mitte heraus berichtet, was uns aber nicht möglich war. Ich bin mal gespannt, ob die Behörde in Karlsruhe uns vielleicht morgen noch antwortet, wie es denn sein konnte, dass so viele Medienvertreter schon vor Ort waren, als diese Aktion begonnen hat oder vielleicht noch vor Beginn der Aktion da waren. Wir bleiben dran. Natürlich ist unsere Aufgabe als Journalist, aber ich wollte euch heute einfach mal das zeigen. Und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, wie darüber heute berichtet wurde und auch immer noch wird und was durch die Ticker läuft. Denn es ist schon erstaunlich, welche Begriffe heute immer wieder den ganzen Tag natürlich genannt wurden. Es war immer Reichsbürger, Querdenker, Corona-Leugner, AfD. Das waren diese Headlines, diese Schlagworte. Und ja, da kann man sich jetzt einfach mal seinen Teil darüber denken. Ich meine, die letzten paar Tage waren sehr turbulent. Es hat sich im Thema Corona viel getan. Bei der Impferei kamen immer mehr jetzt heraus viele Bundes... Die Bundesregierung an sich ist nicht zurückgerudert, aber Bundesländer, wie jetzt Bayern und so weiter, Maskenpflicht weg, da rudert man zurück. Und dann gab es noch dieses schreckliche Verbrechen. Und dann auf einmal heute kommt diese aus heiterem Himmel Razzia, die nur bei Insidern der Medienbranche schon vor 14 Tagen bekannt war, damit man heute die tollen Bilder machen konnte. Darüber macht euch eure eigenen Gedanken. Ich wollte es nur mal so im Querschnitt heute aufzeigen. Wir machen immer Teilen, Liken, Kommentieren. Kommentieren. Schaut auch zu uns in den Telegram-Kanal. In den Telegram-Kanal? Das war jetzt fränkisch für alle, die es nicht einordnen konnten. Dort werdet ihr auch informiert. Aber bitte tut mir noch einen Gefallen bei Telegram-Kanal. Passt auf, was ihr postet, wie ihr es postet, was ihr darunter schreibt. Denn ihr seht, es ist alles möglich, solange man eine falsche Meinung hat. Und in diesem Sinne, danke auch an alle, die Free Truth Media unterstützen. Und wenn auch du uns unterstützen willst, schaue in die Kanal-Info bei YouTube oder Odyssey oder gehe auf unseren Linktree. Da geht es auch ganz einfach. Und ja, mein Gedanke zum Schluss heute bei diesem wirklich skurrilen Tag, der hat mir heute wirklich alles abgefordert, an Berichterstattung das mitzuverfolgen. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Mir gehen eine Million Gedanken durch den Kopf. Weil alles irgendwie immer skurriler wird und immer verrückter wird, wo du dir denkst, okay, hey, wie kann das sein? Wie kann diese Berichterstattung so sein? War da irgendwas geplant, gezielt? Wie auch immer, wird jetzt da was geframed? Werden diese Begriffe absichtlich so gewählt? Weil natürlich der Tod des 14-jährigen Mädchens natürlich auch in eine Richtung überschwappen konnte. Weil jetzt vielleicht von Impfnebenwirkungen mehr berichtet wird, auch von öffentlich-rechtlichen Medien, MDR etc. Ich weiß es nicht. Das alles ist aber meine Aufgabe, einzuordnen und nachzurecherchieren. Und das ist heute ein Tag, wo es mir wirklich alles abverlangt. Und ihr wisst, wir bei Free Truth Media, ich sage immer, bleibt in der Mitte, schaut euch wirklich alle Seiten an. So habe ich das heute auch gemacht. Ich bewerte das Thema Querdenken, Reichsbürger, AfD, Corona-Leugner überhaupt nicht. Das ist auch gar nicht mein Recht als Journalist. Ich bin als Journalist einfach dafür zuständig, zu recherchieren, Fakten zu präsentieren. Und die Fakten sind mir heute früh, gleich um 7 Uhr aufgefallen, dass es nett sein kann, dass bei so einer großen Razzia, wo es um so eine große Terrorgefahr für Deutschland geht, die ausgewählten Medien schon tatsächlich vor Ort stehen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder hier bei Free Truth Media. Und ja, ihr wisst, was kommt. Tief durchatmen. Einfach mal wirken lassen, so einen Tag. Einfach mal sich so Gedanken machen und ganz, ganz wichtig, in der Mitte bleiben. Und auch, auch, auch sehr, sehr wichtig, bleibt wirklich in der Mitte. Bleibt standhaft, aber bleibt friedlich, bleibt fair, bleibt kommunikativ. Und lasst euch nicht auf irgendeine Seite ziehen und lasst euch nicht von irgendeiner Person lenken, sondern macht euch immer eure eigenen Gedanken und trefft eure eigenen Entschlüsse, ohne euch beeinflussen zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis morgen wieder hier beim zensurfreien Dirk von Free Truth Media. Und bis morgen wieder hier beim zensurfreien Dirk von Free Truth Media.